Das Positive, was von dieser Seite kommt, wo wir eben ganz passen, wenn ich noch zu dem Miner-Reform. Und das Island Paradise steht eigentlich für diese Figur, was man auch immer, jeder kann sich denken, was das ist, unglaublich positiv, ja. Also mir fällt dann immer der Film Avatar ein, wo diese Farbspiele sind und sagt, wow, eigentlich ist ja alles möglich in der Welt oder im Universum, wenn wir es nur im Kopf haben.